Hallo zusammen, ich grüße euch hier zu einem weiteren Depot-Roast auf YouTube. Mittlerweile sind wir beim vierten Depot-Roast angekommen. Vielen Dank auch schon mal für das ganze Feedback von euch. Und genau, let's go! Schauen wir uns das vierte Depot an. Er ist von einem 30-jährigen Instandhaltungselektriker, welcher ungefähr eine monatliche Sparquote von 30% hat. Angefangen hat er im April 2020, also erstmal schon mal sehr, sehr guter Einstiegszeitpunkt gewählt. Wie man hier auch sieht, absolut 6.100 Euro Gewinn. Relativ sind wir bei knapp 24%, was auf jeden Fall auf ungefähr zwei Jahre keine schlechte Rendite ist. Mit ungefähr 12% pro Jahr. Auch Depot-Größe 23.500. Du liegst da auf jeden Fall über dem Durchschnitt in deiner Altersklasse. Liegt ungefähr bei 22.000 in der Altersklasse. Und genau, let's go! Schauen wir uns mal die Positionen an. Größte Position Mercedes-Benz. Danach zweitgrößte Position Allianz mit 5.800. Schaeffler drittgrößte 4.500. E.ON mit 3.000. Nvidia die erste amerikanische Aktie mit 2.100. Dann BMW 2.000. BASF 1.900. Coca-Cola 1.600. Blackrock. Daimler Truck. Gut, das ist vom Spin-Off. Es gab ja einen 2 zu 1 Spin-Off von Mercedes-Benz und Mercedes-Benz oder Daimler Truck quasi. Jeder, der 2 Aktien von Mercedes-Benz hatte, also von Daimler hatte, hat eine Aktie Daimler Trucks bekommen. Deshalb hier auch 100 Daimler Aktien und 50 Daimler Truck Aktien dann. Kommen wir als nächstes Unilever. Da haben wir jetzt den größeren Sprung. 480 Euro. Adobe 419 Euro. Intel 418 Euro. McDonalds 215 Euro. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon. Und jetzt kommen wir hier, wie gesagt, zu den kleineren Positionen. Und ja, hier Firefinch und Sun Hydrogen. Ich glaube, ich war beides Wall-Street-Bets-Aktien, wenn man mich nicht wundert. Hier auch gut leichte Rendite. Also Firefinch war definitiv eine Wall-Street-Bets-Aktie. Die sind nämlich, genau Lithium war es, glaube ich. Genau Lithium-Unternehmen, sehr geringe Marktkapitalisierung. Also dadurch auch viel Wachstum. To the Moon. Ja, ist immer die Sache. Solche riskanten Positionen kann man natürlich drin halten. Aber dann eher kleiner gewichtet, definitiv. Und Sun Hydrogen kenne ich tatsächlich nicht. Ist wahrscheinlich Solar irgendwas. Solarbetriebenes Partikelsystem. Und ja, auch 150 Millionen Marktkapitalisierung. Auch eher klein. Genau, schauen wir uns die Zusammensetzung an. Oh, zwei Verkäufe noch. Was haben wir hier? Einmal Lufthansa mit Gewinnverkauf. 350 Tage Haltedauer. Okay, schaut so aus, als wäre das ein Corona-Zock gewesen. Der auf jeden Fall auch aufgegangen ist nach einem Jahr. Gratulation zu der Rendite. Und hier auch bei Daimler. Sehr geil. Die 200% dürftest du auch dann hier ungefähr wahrscheinlich. Ah ne, es war noch weiter. Es war mehr wie ein Jahr. Hier irgendwann wahrscheinlich Corona-Dip. Dip schön. Wo war denn das Dip hier? Hier haben wir ihn da mal die Dip. Corona-Dip schön eingekauft. Und dann ja, ungefähr deine 200%. Sehr gut, dass du auch, wie gesagt, Teilverkäufe gemacht hast. Ich finde, ab 100% Rendite kann es, wie gesagt, auch sehr sinnvoll sein, Teilverkäufe zu machen. Du hast jetzt hier 207%, also noch besser. Und wie gesagt, hast du ja eh noch den Großteil der Position laufen. Sehr gut. Dann die Rendite, wie gerade schon gesagt. Kursgewinne sehr solide. Auch, wie gesagt, realisierte Gewinne. Sehr gut. Sehr schön, dass du mit Gewinn verkauft hast und nicht mit Verlust. Weil Regel Nummer 1, verliere kein Geld. Regel Nummer 2, vergesse Regel Nummer 1 nicht. Auch Dividende hast du ganz gut schon kassiert, sagen wir mal. Wundert mich auch nicht. Wie gesagt, die meisten Aktien hier zahlen tatsächlich eine Dividende auch. Von daher sehr, sehr gut. Dann schauen wir weiter. Was haben wir noch? Genau, Anlageklassen. Europa, Nordamerika stark gewichtet. Es ist tatsächlich klar dem geschuldet, dass du enorm viele Deutschlandaktien im Depot hast. Da würde ich auch auf jeden Fall dir schon mal den Tipp geben. Von deinem Gesamtportfolio machen jetzt Daimler 24, 70, 80. Macht ein Daimler, wenn du es jetzt hier auf Positionen anschaust, knapp 20% aus. Was auf jeden Fall zu viel ist, meiner Meinung nach. Auch so nur Nordamerika drin zu haben. Wirklich gar keine Schwellenländer. Würde ich dir auf jeden Fall raten. Weil ich glaube, wie gesagt, mit Blick auf die nächsten 10 Jahre werden Schwellenländer einfach besser performen wie die westlichen Industrieländer, die einfach schon ein gewisses Wirtschaftswachstum auch hinter sich haben. Von daher, da würde ich dir auf jeden Fall raten, pack dir vielleicht noch etwas Asiatisches rein. Indien, China, Japan, Taiwan. Gibt viele, viele spannende Länder da auf jeden Fall. Anlageklassen, Good Stocks. Da kommt es auf dich drauf an. Von der Anzahl der Einzelpositionen würde es auf jeden Fall für ein Aktienportfolio auch schon reichen. Du kannst dir aber, wie gesagt, auch überlegen, ob du dir vielleicht eine solide ETF-Basis aufbaust und dann eben on top die Einzelaktien. Da hast du einfach dann, sagen wir mal, weniger Risiko und eine solide Basis, die sich nicht verändert. Weil, wie gesagt, klar, die Wahrscheinlichkeit ist enorm unwahrscheinlich. Aber lass jetzt mal ein Benz das neue Wirecard sein. Irgendwie Bilanzbetrug, Skandal, schieß mich tot. Dann hast du kurz mal dein Portfolio um, wenn wir jetzt sagen, 20% auf 33.000. Wir gehen jetzt mal von 30.000 aus, hast du ungefähr kurz mal 6.000 Euro weniger Vermögen in deinem Portfolio. Und genau, von daher würde ich dir da auf jeden Fall raten, dass du da auch ein bisschen mehr drauf achtest. Wie gesagt, weil es ist einfach ein sehr starkes Übergewicht an deutschen Aktien. Wie gesagt, ich würde eh nie den Blick so stark auf eine Einzelaktie oder ein einzelnes Land setzen, weil du weißt nie, was ist. Hättest du, sagen wir mal, hier statt Dinge auf Russland gesetzt, wäre es jetzt auch schwach gewesen. Also wie gesagt, deshalb breit gestreut, nie bereut. Es bezieht sich auf Assets, also Aktien, Kryptos, Immobilien, Edelmetalle. Bezieht sich auf Länder, Deutschland, Amerika, Kanada, Frankreich, Australien. Bezieht sich auch auf Branchen, wie man jetzt hier im weiteren Punkt oder Sektoren, wie wir es jetzt hier anschauen. Da natürlich der Fokus klar bei dir auf Konsumgütern, sieht man ja auch hier. Deshalb hast du auch eine recht hohe Dividende, die du schon kassiert hast. Ist jetzt natürlich die Frage, ob das, wie gesagt, 30 ist jetzt noch nicht so alt. Du hast mindestens noch 30, 40 Börsenjahre vor dir. Also ich würde schon auch noch mal ein bisschen mehr Risiko eingehen. Entweder in Form von Wachstumsaktien. Das sind dann entweder hier solche Aktien, Adobe, die du einfach dann stärker gewichtest. Oder es sind halt, wie gesagt, dann am Ende auch vielleicht Kryptos, die du reinpackst, um einfach ein stärkeres Gewicht zu haben. Und genau, an sich, ich würde dir vom Portfolio, von der Gesamtübersicht eine 3 von 5 geben. Weil an sich, wie gesagt, die Aktien, die du drin hast, sind auf jeden Fall solide. Leider hast du einen sehr starken Deutschlandfokus, den sogenannten Home Buyers. Das ist ein Phänomen, was eben aufkommt bei Leuten, die eben Heimat, den starken Heimatbezug haben. Also Deutsche kaufen mehr oder lieber deutsche Aktien wie amerikanische Aktien. Ein Amerikaner kauft lieber amerikanische Aktien wie französische Aktien. Und das ist eben der Home Buyers, der bei dir eben sehr stark zu sehen ist. Weil du, wie gesagt, wenn wir jetzt hier nochmal runtergehen auf die gesamten Regionen, 80% Europa und davon wiederum wahrscheinlich, ja, 70% deines Gesamtportfolios ist ungefähr Deutschland. Oder 65%, was mir zu viel wäre. Der zweite Punkt ist, dass mir einfach ein bisschen zu wenig Wachstum auch drin ist, weil du einfach noch jung bist. Du hast noch viele, viele Jahre vor dir, wo du auch Krisen theoretisch aussitzen könntest. Man sagt ja immer, ein Zyklus geht ungefähr 10 Jahre. Wenn wir jetzt mal sagen, von 30 bis 70 hättest du auf jeden Fall auch noch deine 4 Zyklen, die du durchleben würdest. Und hast ja dann immer noch, sagen wir mal, von 70 bis 90, 2 Jahrzehnte. Wo du vielleicht nicht mehr aktiv arbeitest, aber wo du ja trotzdem noch, sagen wir mal, die Zyklen hast, die dann für dich arbeiten. Und genau, das wären so die Tipps, die ich dir mitgeben würde. Vielleicht auch, wie gesagt, ein bisschen mehr ETF-lastig. Ein bisschen mehr Fokus auch auf riskantere Titel. Weil, wie gesagt, am Ende die Rendite, die jetzt bei dir schon sehr, sehr gut ist. Aber, wie gesagt, die ist bei dir auch nur so gut, weil du, wie gesagt, mit Ende April oder mit April einfach einen perfekten Einstiegszeitpunkt nach Corona-Dip gefunden oder getroffen hast. Und genau, ich hoffe, dass ich dir mit dem Video helfen konnte. Lasst mir gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Schreib mir auch in die Kommentare, wie dir das Depot gefallen hat. Und wenn du auch mitmachen möchtest beim Depot-Rost, findest du in der Videobeschreibung zum einen den GetQuindling, wo du eben dein Portfolio hochladen kannst, wie hier. Des Weiteren findest du den Link zu meiner Website, wo du mir dann den Link zu deinem GetQuind-Portfolio schicken kannst. Und genau, bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.